Willkommen zurück zu Let's Play Lost in Random. Im letzten Part haben wir ja eine Questlein gehabt mit Bloops und haben uns ein bisschen umgeguckt. Jetzt sollen wir allerdings eine andere Quest verfolgen. Die heißt, falscher Knopf, eine tötige Belohnung, erkundet die Händlerstraße. Und ja, machen wir erstmal. Wir sollen die erkunden. Die will irgendwas zum Tauschen, ein enger gutes Wort. Hey, hier ist eine freie Sample. Halcyon. Ja, alkionisch. Das ist ein sehr schönes Wort. Ich weiß zwar nicht, was es bedeutet, aber hey. Hast du völlig ein Wort? Nee. Günstiges Essen. Hm. Wir werden wahrscheinlich angezeigt, ne? Wer hier ein Wort hat. Wer hat ein interessantes Wort? Es ist okay. Redet am besten alle durcheinander. Das verstehe ich am besten denn. In der Zweibahnstraße. Hm. Altstadt-Viertel. Waren wir hier schon oder habe ich was übersehen? Habe ich wahrscheinlich übersehen. Nee, also hier geht's ja nicht zurück. Nee, okay. Sag ich mal die Karte her. Ja, die Frau da will was. Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll zu ihr. Gehen wir erstmal nochmal hier hoch. Was hatten wir nochmal hier? Ah, hier war, genau. Hier war da ja das, die, die Seite, die Märchenbuchseite, die wir gefunden hatten. Die dritte oder so war das. Äh. Hm. Also ich sehe jetzt erstmal auf den ersten Blick beim ersten Rundgang hier niemanden, der mir weiterhelfen kann. Dann. Reden wir mal nochmal mit der Frau. Fläber irgendwas übersehen beim letzten letzten Part. Okay, erzähl mir mal. Würdest du mir ein seltenes Wort geben? Du wieder? Was hast du von mir diese Zeit bekommen? Ich hätte gerne die Krabbelquäger, wenn das ein Witz ist. Ich habe diesen Wörfe hier. Piri. Ich bin Angst, ich gehe nicht in die tangible Worte, Kind. Zu flammabel. Das leichte Thema über Wörtern ist, dass du sie in die Hände gehst und niemand kann sie nie verholt. Wörter für Verzahlen. Okay. Sie will kein... Du wieder. Was hast du von mir diese Zeit bekommen? Wann war dein letzte? Du hast nichts für mich gemacht, aber ich bin zu hören. Es lautet Süßigie. Das passiert, wenn sie drei oder mehrere Himmelskörper auf einer geraden Linie befinden. Ich mag die Menge von Ys in diesem Wort, aber drei oder mehr Planeten. Das ist eine schwierige Verzellung hier in Two Town. Ich denke, das ist ein Pass von mir. Was musst du in der Verhandlung? Dein letzteres Wort hat das Lernen nicht für mich, aber ich habe es nicht gehört. Es lautet Ablubesenz, das bedeutet Vergnügen. Wie weiß eine kleine Mädchen wie du eine adulte Worte wie diese? Ablubesenz, das lernen, ist ein Freude. Der Worte des Essensens, der Sprache des Adlubes. Oh, die Rarität. Oblectamentum. Danke. Bye. Es war ein Oblectament-Geschäft mit dir zu machen. Beautiful. Use it well, kid. Okay. Ich habe hier Worte für Verhandlung. Wahlworte. Wir sollen weiter damit handeln. Luvio-File. Das bedeutet... Lover. Hm. Gehen wir mal die Händlerstraße. Müsste hier gleich sein, ne? Das ist hier die Händlerstraße, ja. Du, du siehst mir so verrückt aus, als würdest du mir was wertvolles dafür geben. Hi, Timmy. Irgendwelche spannende Geschäfte, während ich weg war. Ich habe ein Wort, das sie tauschen würde. Ähm, oblectament. Ähm, oblectament. Ich kann das nicht so gut verhandeln. Was ist ein Gubbelgregor? Ohohoho. Das wird großartig sein. Es wird großartig sein. Lass mich euch das Wort verantworten, indem ich euch einen Gubbelgregor in exchange geben. Sie sind sehr futuristisch. Was ist ein Gubbelgregor? Hahaha. Erinnern sich, nicht zu wissen, was ein Gubbelgregor ist. Hilarious. Du bist alles gut, Kind. Gute Gefühl der Humor. Hier ist der Gubbelgregor. Beide sicher nicht, dass wir ihn nicht in vollem Reverse benutzen. Wir wissen alle, was dann passiert. Ja, auf jeden Fall. Great, Kind. Okay, den Gubbelgregor wissen wir ja, dass wir die Open-Engung abgeben müssen. Das ist ein Gubbelgregor. Mit diesem Baby könnte man alles Gubbelgregor. Man könnte es in der Händlerstraße aber auch gegen etwas Wertvolles eintauschen. Jetzt die Frage, wie kommt man denn nochmal hoch? War das davor? Irgendwo war da eine Seitengasse, wo wir hoch konnten, nicht wahr? Da, genau, da oben ist die Brücke und dahinter, ne? Ich laufe schon. Ich bin im Turbo-Gang. Turbo-Modus mit dem Gubbelgregor. Und dann hier hoch. Da war der Typ, den wir gerettet haben, nicht wahr? Hallo, hallo. Guten Tag. Ich habe einen Gubbelgregor zu tauschen. Da sehe ich schon Ausrufe, zeige ich, durch die Wand strahlen. Und einen... Hab ich das übersehen? Oh, das bohren die Nacht. Guten Tag. Bitte, trage den Gubbelgregor zu mir. Ich bin sicher, diese Gubbel, die ich offerte, ist nicht wertvoll. Es muss sein. Es ist ganz alt. Okay, handeln wir. Okay, damit haben wir jetzt... Muss ja, ne? Ja, ein toter, vielseitiger Würfel. Ein alter, aber seit langer Zeit toter Würfel, der bei den Säuberungen der Kleine, der keine Würfelkriege zerstört wurde. Das darf Lisbeth interessieren. Okay, damit gehen wir zum Marktplatz zurück, zum Großen. Ihr erinnert euch, im letzten Part. Ja, Zwei-Stadt ist ein bisschen mehr Questline... Quest... Story... Äh... Story-Krass... Nicht so... Nicht Story... Was... Was will ich hier sagen? Story ist nicht so krass hier in Zwei-Stadt bisher. Aber dafür ist das ja Quest... Voll mit Quests. Mit Zeit-Quests. Ne, ein Wort kaufen würde ich nicht. Vor allem gibst du dir eh freiwillig raus. Gratis. Gut, Lisbeth müsste auf der linken Seite sein. Dann gehen wir endlich mal in die Mitte. Bei diesem großen Dreier-Tor. Aber erst mal wieder mit Lisbeth. Hi, da bin ich. Ihr habt einen dubiosen, versteinerten Schädel, der dich interessieren könnte. Hast du ihn etwa umgebracht? Gah, if I had such power, child, I wouldn't be lurking here, talking to strangers. No. No, it wasn't me. The Queen destroyed all the dice, child. Well, almost. But, we... Thank you, Miss Hilliard. I want to say thank you, child. It's been so long since I've seen a dice. Even one that's dead like this. That alarms you, doesn't it? Yes, dice can die. We found that out in the no-dice-war. Der keine Würfelkrieg? Erzähl ja mehr drüber. It was a catastrophe. The Queen child decided that she should be the only one to win. And so, she waged war on them. And on those who'd wield them. And she did not show mercy in victory. If, when, she finds out there's still a dice. And still a wielder. Well, she will be apoplectic. And she is not to be toyed with. What happened here? She will do to you and your friend here. No, Mr. Bobo. Why are you, Miss Hilliard? It's not a threat, little one. It's an observation. Cleaned from hard-earned experience. Hypothetically speaking, that is. But don't worry. Your secret is safe with me. As for this poor dice, I'm going to return it to where it belongs. To the sacred valley of the dice. There was I already. I suspected as much. There are some of us who remember the old ways, child. We must stay hidden and we must stay silent. But we exist. The valley is hidden, far below random, and far from the queen's prying eyes. It's a crypt, a land of the dead, forbidden to all but a few will remember. I'd wager, you don't fully know what you travel with. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. You don't know, and you don't know, but that's fine. Goodbye, child. Take care and random rules. Okay. Was kriegen wir als Belohnung dafür? 118 Münzen, das ist eine sehr große Anzahl. Gut, bevor wir heute in die Mitte gehen, gehen wir zum Money Decks, weil das sieht in der Mitte nach dem Kampf aus. Ich weiß nicht, so wie so ein Schlachtfeld, ne? Wir laufen auch schon direkt hin und kaufen uns ein paar Karten. Einmal ein Rundgang. Und da Elsa schon, da wartet er auf uns. Und er öffnet seine Pforten. Guten Tag, ich würde gerne einfach kaufen. So, das hier sieht interessant aus. Ähm. Schmiede blickt auch sehr, sehr gut, denke ich. Schnellbeziehung. Und Joker. Ich weiß noch nicht, was das genau macht, aber wir haben ja das Geld, ne? Spieler, wenn eine Spielfigur vorhanden ist, weiß nicht, was ist das da hier oben. Doppelt oder nichts. Ändern nach dem Zufallsprinzip die Kosten der Karte auf deiner Hand, sodass sie kostenlos oder doppelt so teuer werden. Zufall ist immer ganz gut, ne? Wir kaufen einfach alles, komm. Das ist auch sehr gut. Dann nochmal hier, Abwehr. Das ist um das Kartendeck kümmere ich mich offscreen wahrscheinlich. So. Stapelanpassung, Fallgestalt. Ab sofort hast du immer, hast du über 50 Karten einen Stapel. Im Karten oder im Bildschirm kannst du den Stapel anpassen. Der Stapel von Karten wird niemals zerfallen, wenn du ihn verbaut hast. Da sind unsere Karten. Und wir haben... Ich denke mal, wir lassen es erst mal so. Wobei ich halt gerne schon... ...das hier weg hätte. Und stattdessen lieber eine Angriffskarte oder so. Schmiede blinken, genau. Ich hab nicht genug. Also das steht unten noch Null, ne? Nee, komm jetzt mal raus. Da fangen wir noch eine. Oder? Ne, machen wir das einfach mal rein. So. Ja. Gut, gehen wir mal hier in die Mitte. Oh, das ist bestimmt ein Kampf, ne? Behold, die Tür zu 3-Town. Alas, die Tür war geschlossen und nur ein Roll von 3 würde ihn öffnen. Aber Eivin's friend war ein Dot Short. Er konnte nur ein Roll ein Roll und ein Roll. Und Eivin hätte man einen Weg finden, um ihn aufzuhren. Eivin hätte man ihn öffnen, um ihn aufzuhren. He, he. Strange. Was ist mit diesen kleinen Leute? Well, ich frage mich, ob sie dich fixen können. Und ich frage mich, ob sie sich nicht mehr in die Mitte. Ich frage mich, ob sie sich nicht mehr in die Mitte. Ich frage mich, ob sie sich nicht mehr in die Mitte. Hm. Wir brauchen unbedingt eine 3. Und natürlich kommen Gegner. Natürlich. Bredspiel-Arena. Dice und schaffst alle Enemies. Es ist so einfach. Okay. Du steckst einen riesigen Brettspiel fest. Dies ist eine besondere Form von Begegnung, bei der du eine Aufgabe abschließen musst, um zu gewinnen. Das Stil dieses Brettspiels ist simpel. Rückkehr mit der Spielfigur bis auf das letzte Feld vor. Die Spielfigur rückt die Augenzahl vor, die du mit Dicey Würfel hast, sobald die Zeit wieder freigibst. Okay. Landet die Spielfigur auf diesem Feld, erscheint eine Verlangsamungsblase. Gegner oder geschossene Inneren der Blase werden verlangsamt. Landet die Spielfigur hier, auf diesem Feld da oben links, fliegt ein Schatzvogel über die Arena. Schieß auf ihn, damit er einen Schatz abwirft. Tipp. Ist der Kampf so anspruchsvoll, ändert die Kampfschwierigkeit im Plus. Mit Plus. Okay, erst mal brauchen wir, wir müssen also würfeln. Geh mal da rüber. Erst mal brauchen wir sowieso Karten. Am besten Angriffskarten. Es seht, als ob Dicey was effektiv das gigantische Spielfigur. Ja, da ist eine langweilige Bubbel. Da ist eine langweilige Bubbel in der Bubbel. Das ist nicht schlecht. Das nehmen wir mal mal Abwehrblase. Und doch mal hier höher. Was ist das? Schmiede blinken. Ja. Und dann werden wir unser Schwert nochmal verstärken. Dafür brauchen wir drei? Das ist aber viel. Ja, ja. Oh Gott, jetzt in der Luft. Ich würfel einfach mal, weil wir eh das Ziel erreichen müssen. Doppelt oder nichts? Da sagt sich, wir doppelt. Okay, das können wir vergessen. Oh, jetzt kommt ein Schatzvogel. Wo denn? Ich sehe keinen Vogel. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Alter. Ja, der Vogel weg, oder? Das ist viel zu schwer, den zu treffen dabei. Ja, der ist weg. Okay. Ja gut, kann man nichts machen. Vergewürfelde zwei. Eine dämonische Ikos-Ader. Ich weiß nicht, was das macht, aber wir aktivieren mal hier. Einmal eine Heilung, oder? Nee, wir können gar nichts mehr machen. Na gut. Weg mit dir. Wir müssen nur drei würfeln, aber nur drei können wir gar nicht würfeln, um den Hammer zu bekommen. Gut, ich würfel mal mit zwei. Oh, der Bogen ist schon sehr gut. Bald haben wir es erreicht, wir müssen nur noch eins würfeln. Ja, das war's auch mit unserem Schwert. Ja, komm jetzt. Wieso treffe ich denn nicht? So, und? So, Schwert. Warum noch nicht? So, heilen wir uns mal. Jetzt müssen wir alle Feinde besiegen. Oder wir sind sowieso beendet. Okay. Einfach nur am Ende des Feldes kommen. Hm. Damit hat sich das Tor geöffnet. Spielleiter, wenn eine Spielverkür vorhanden ist, bewegt sie sich um ein weiteres Spielverkürt. Zieh dann eine neue Karte. Damit können wir jetzt hier lang? Okay. Vielleicht können wir hier irgendwie unser Würfel aufwerten. was ja unser momentanes Ziel ist. All this Tunis reminds me of Odd. I promise you, sister, I am coming for you. As she looked up, even began to realize that two towns name was easily twice as literal as she'd suspected. They seem to be constructing a second town. I've had enough of this job. Ouch. Okay. Huh? Oh. A dice? Where did you come from, little one? My one. Let him go. That's right. You better smarten up and look where you're going, or I... Well, you're very angry for someone so small. I'm not small. You're a big, clumsy giant who goes around sitting on my friends. Again, I apologize. It was an accident. Alright. Apology accepted. Look, I'm trying to find my sister and I've got to get through that big old door. Hm. Wer ist denn das jetzt? Name Seymour. Haven't seen your sister, though. Thing is, I don't see too much of anything these days and not since the nanny confiscated most of my eyes. Two of them for two towns, she said. Du hast eine nanny? Wahrscheinlich weiter damit nanny Fortuna. Warum hat sie sie mitgenommen? Nanny Fortuna ist die rechte Hand der Queen und hat seit Jahren sie ist so schade wie sie ist alt. Und sagen wir mal, dass sie nicht schuldig die Menschen bauten ihren super preisenden mechanischen Spiderwagon. Anyway, once she gave my eyes to the mayor, they disappeared. I haven't heard any news about them since. So, it seems like we both have a reason not to like her. The civil war and freedom, you know, tried to desert it and got sentenced for three reason. I wasn't doing any good there anyway. I'm a lover, not a fighter. Thought enough about that. What's up with this? Dice! I haven't seen a real one in years. I see you're missing a couple of pips little one if you're gonna go anywhere. You are new, aren't you? A door to three towns forever locked. It keeps the district separate by order of the queen. You'd need to roll a three to open it. And since nobody has a dice anymore, well, they stay closed. But your little friend so close to three. I could fix you, but... But, Abba? But I can't. Not unless I get my missing eyes back. Oh, if only a brave dice wielder would find it in her heart of glory to begin a quest to find and return my eyes can it can it can it it can it 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 I certainly nanny past my eyes under the mayor of course if she'd given the right mayor getting them back would be easy but she gave them to that upside down one what nightmare okay can you put me up mine oh that's a good one listen even if things were that easy do you think we'd all be here heck no we'd all be in six town living the high life relaxing by by whatever it is it six towners relax by pool of gold probably sadly it's not that easy even especially not since that nanny has given my eyes to that nightmare of a mayor so yeah find my eyes and I can definitely help you so you'll help out old Seymour thank you thank you be careful with that two-faced mayor okay if you need I'll be over at the town square near the door to freedom okay it's a bad place it's one of the six towns one for each side of the queen's black dice we used to be united but that was generations ago before the no dice war random is seen a lot of war okay don't get me started geto the town's being ruined by a family of triplets it's petty sibling rivalry on a humongous destructive scale with no end in sight okay even decided that she felt a kinship with this sad large monster he'd been hurt by the same people who took her sister she had the sense she was the only one who could help him and she had the sense seymour could end up helping her too hmm also brauche seine augen wieder aber ob der bürgermeister die augen hat ich weiß es nicht ich weiß nicht so recht müssen wir mal schauen aber wir gehen jetzt mal hier weiter der zweite mond der zweite mond oh gott ist das der bürgermeister ähm bist du der bürgermeister ähm ähm ich suche meine schwester und ein paar geraubte augen wir ich suche meine schwester und ein paar geraubte augen nein ich suche meine schwester und ein paar geraubte augen ja habe ich äh vor denke ich aber ich habe schon was gesehen hier was erst mal wichtiger ist ne ganz viel geld und da auch danke ich wollte gerade sagen er hat sich das direkt davor gestellt er ist der bürgermeister oh gott bevor wir zu ihnen hingehen das machen wir im nächsten part ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs zuschauen und einschalten und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten part wieder bis dahin haut rein und tschüss